wir öffnen kästchen nummer 11 und heute regieren wir mal wieder auf dem video vom satten hugo und zwar super mega sehr sehr geil ich bin sehr gespannt reaktion ist in letzter zukunft echt bisschen zu kurz geraten hier auf den kanal abonniert gerne für mehr advent kalender und schaut auch gerne auf unsere social video channels instagram tik tok und vieles mehr alles unten verlinkt und los geht's jetzt ist er für die schlagerfolge zu gehen zum nächsten video er ist live bro er ist live er hat sogar eine facecam so ein nerd und ist komplett am hängen digga das sieht ja aus wie ich hey digga das bin doch ich oder was ist es hier stimmt ich lese das immer im chat und ich verstehe nicht was damit gemeint ist also jetzt mal was meint ihr damit was sagt ronaldo und warum zu genial ich mache jedes monat er macht sie das monat und schafft und weiß nicht mehr wie man es drückt aber ich glaube das wird auch jede season geändert aber du bist ja die lust dann fahrheit kurz zur apotheke rum mit mal augentropfen ich komm gleich wieder what the fuck und jetzt einmal kurz augentropfen reingemacht wie in den alten zeiten als kiffer digga und direkt abgespritzt da ist der deckel noch drauf oder da ist doch die kappe drauf da ist doch die kappe noch drauf da ist doch die kappe noch drauf da ist die kappe noch drauf alter hat die mir luft verkauft die kappe noch drauf da ist doch die kappe noch nicht ah ist doch die kappe noch nicht ich habe auch so ein wärmegürtel ein wärmegürtel willst du mal anpassen es riecht geil ja ok wo ist es nur mein rücken ach so wie ist es merkst du das ein bisschen ja es riecht warm ja hot wie in der war milch aus diesem glas schmeckt irgendwie besonders gut es ist kein glas ja es ist eine tasse aber es ist auch aus glas oder nicht fragst mich doch nicht gibt es einen unterschied zwischen tasse und glas alter ist das heute die lost week ich meine ein unterschied zwischen tasse und glas ist doch glas klar natürlich ach gt darf auch nicht fehlen was denn sonst da zockt ja nicht nur jemand ich muss sagen kein konzept dass da wieder der klopfer drin war nice try an der stelle wer sich da noch wirklich pausiert und sagt oh wir müssen jetzt echt mal in die pushen kommen und mal punkten also spiel 4 jetzt bei uns teammates am a und tramex oh nein das kann nur lust werden ihr seid ja da in der halle das ist doch super katze holger wir hören dein mikro das ist noch schlimmer das ist noch schlimmer thank you for your subscription uuuh ich bin die marcella ne ich n kerl könntest du das jetzt auch machen bruder die ist turbo braun alter hä warum ist die denn so gut gesäunt alter äh gesaunt äh gesäunt hallo unser neuer streamer mit käse auf den tisch gestellt und hab gedacht du darfst du süß nochmal schlafen warum machst du das video kleiner ich wollte das im vollbild gucken kannst du deinen kopf auf mit dem ding mal zum angelcamp gefahren und äh bin auch mit dem ding halt dann zurück gefahren ist ja klar ja ja hallo mhm gleich kommen noch die ununständige filme ich ohne ihn jetzt ja also gehts noch oder was teilweise besserer content an dein spaß also kai lo ich bin hier gerade an der geschichte erzählen kannst du mal vielleicht aus der kamera rum weg gehen oder was was jetzt so süß zu geil zu süß herzlich willkommen zur dritten ausgabe nunmehr von teammates also vorsicht 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 Eli clash of clans weiter ach du scheiße doppel t ich weiß nicht moskiten was ist denn das für ein tier erstes entscheidungsspiel ja jeder ein satz gewonnen best of three jetzt kommt's drauf an bei uns spiel nummer 17 hat sehr viel mit geschick mit taktik aber vor allen dingen mit fingerfertigkeit und ruhe zu tun schau ich schade äh stopp 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 einmal kurz pause 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 weil das gerät von sydney ist aus dieser befechtigung rausgeflogen so komm was ist das wie bitte schade alter city arbeiten da das tut weh die hat aua gesagt mach doch auf dem alter schon wieder rass geflogen schau die schau die sind sehr unverteilt Die ne minus 30 kommt's. Ach du Heilige. Die Fahrprüfung einfach verkackt Digga. Also sei mir nicht sauer, Bruder. Also, ja wie soll ich's sagen. Also Bruder, wer seine Fahrprüfung verkackt, der ist für mich... Also Bruder, wie kann man das verkacken, Junge? Nichts nicht an! Könnt's so austicken, Alter. Ich mag das Spiel grad komplett, Bro. Die ganze Zeit irgendwas, so ein Überholmanöver. Bro, wo denn? Ja, ja. Ich bin noch nie so ausgerastet in Formel 1, aber egal. Ähm... Oh nein! Das ist vorbei. Und rechts, links, rechts, links! Viel Glück dabei auch bei ihrer Brand. Geht einfach mal her und kauft euch Nudes, okay? Und der Twitch-Bahn ist da. Was ist denn das, Digga? Wie gut bist du in Englisch? Midi? Der Mann im Kontrollraum sagt uns, wenn wir starten. Okay, ähm... Hast du einen Tipp für uns, wo wir gehen? So? Wie... Kannst du uns rechts, rechts oder... ...vor... 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 Ach, du Heiliger. Gleich ist vorbei. Jawohl, die Lagerstrecke. Ihr fangst hier dann präsent an. Mit nem Fußball? Okay, das war's schon. Ziemlich lustig. Ziemlich interessant. Ich hoffe, das Kästchen hat euch gefallen. Es war was anderes. Ich wo... Ich weiß... Es tut mir leid, dass nicht viel mehr kam. Äh... Ich hoffe, wir sehen uns die Tage wieder. Oder morgen. Oder später. Auf TikTok. Schaut da hin. Gerne vorbei. Itz-Tobi. Kommt jeden Tag. Vieles online. Auch auf YouTube. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ähm... Wir sind auf YouTube. Blödsinn. Auf Instagram könnt ihr gerne vorbeischauen. Links sind wir alle in der Video. Und bevor ich noch viel mehr Chance rede. Ciao. Bis zum nächsten Mal. W LAURA DOOOO komme. Das ist ein bisschen mehr senza shipping. W LAURA Diatekont vos. Es tut mir, wenn du immer was.